recht herzlich willkommen zur 190 folge von city skylines ja wir müssen noch weitermachen bei unserer heizungsanlage die wir hier haben da fehlen so ein paar sachen die wir dann upgraden müssen lass uns mal gucken hier unten war alles tippitoppi oder hier ist noch ein bisschen was nicht tippitoppi weil da ein stück fehlt glaube kann das sein das ist jetzt die lange leitung ja das ist die lange leitung und da geht es dann auch hin wenn wir schon dabei sind ist das auch gerade und dann ist das da auch versorgt und da noch hin und ach so okay das geht da lang dann würde ich sagen auch wenn es viele baukosten sind ist eine backup leitung macht sinn das dann zu sichern oder hier ist was faul mit der stromleitung das müssen wir auch noch bearbeiten dann haben wir denn da 1,9 geld spielt jetzt nicht da rein da wird das erste haus jetzt auch schon gelb werden dann lass uns mal bevor wir das vergessen die stromleitung noch mal machen jetzt ist aber schief gelaufen glaube ich ja weiß ich nicht der da musste man reparieren ja weiß ich auch nicht das müssen wir da abreißen das wird wahrscheinlich und jetzt wird er dann mal wieder hin komm mach mal so alles ist gut und alles ist nicht gut was war jetzt hier für eine veranstaltung das sieht ja jetzt ganz komisch aus so das haben wir jetzt wird gewissen das dann haben wir automatisch eine doppel leitung gesetzt die dann auf jeden fall mit dem wasser da kein problem hat so hier gibt es schon leitung dahin und da ist es ok dann müssen wir hier einmal geht um so zu verbinden dass wir so verbinden alles gut und da ist schon dann brauchen wir da keine leitung setzen passt also hier sollten wir auch mehr heißwasser haben ist auch da so dann wieder upgrade modus und dann kriegen wir wieder besser warmer form ok ok das Geld wird weniger 17.000 nur ne das reicht nicht so jetzt heizen die da alle mit warmem wasser und das auch genau passt ok die kriegen auch einen warmen hinterm ja dann steht doch ein paar warme Träger war damit die hinterm nicht einfrieren ok sollte auch ok sein komm machen wir dann ne machen wir nicht lass mal so ja läuft ne geht es hier nicht ah da ist ein kurzes Stück alles klar ja hier vorne fehlt es auch noch jetzt kriegen die da auch warmes wasser sieht gut aus ne da unten gibt es gerade die probleme irgendwo fehlt hier wieder ein stück da alles klar wenn das die backup geschichte dann läuft auch äh wir sind aber wieder bei 19.000 also klappt das mit dem Geld doch ich dachte das wird vielleicht zu teuer aber ich glaube wir haben auch dadurch Leute die gerne hier wohnen weil das mit dem heißen Wasser passt ne ok hier muss ich aufs Träger bieten ein heißes wasser jetzt noch mal leise und schon da auch fertig. Da ist ein abgebranntes Haus, sonst geht's. So, jetzt haben wir, dieses hier ist komplett fertig, richtig. Ja, hier fehlt noch was. So, da noch hin. Und das Viertel sollte jetzt warm sein. Ne, da muss noch irgendwas fehlen, da ein kleines Stück. Machen wir das auch noch und jetzt sollte das warm werden. Tut's auch. Läuft, bis auf das eine Haus da. Ah, da geht noch ein Stück hin. Passt auch, ne? Da ist es. Von wo werden die versorgt? Von da? So, die sind auch fertig. Muss denn hier die Anwendung? Von da hinten? Okay. Noch das Geld. 26, sogar mehr geworden. So, das sieht gut aus, oder? Hier fehlt noch ein Stück, ja. Läuft, ne? Das letzte Stück ist auch dran, ja. Das geht auch alles hier. Hier fehlt noch ein Stück, oder wie sehe ich das? Ah, da war gerade irgendwas drin. Da. Okay. Geht bei allen weg, wird alles orange, läuft. Hier ist auch alles orange. Gut, die Seite ist fertig. Machen wir hier noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das nötig ist. Keine Ahnung. In jedem Fall, damit die Wasserversorgung nicht einfrippen muss, ist ja warmes Wasser. Das heißt, das ist hier vorne. Okay. Um und hier haben wir hier um den Boden. Hier sieht man, braucht man, sonst wird es nicht eingeführt werden. Also das ist jetzt hier nicht da, ob wir das denn? Hier hinten sind hier auch wieder. Der Boden ist hier in diesem Boden. Jetzt gehen die weg, läuft, aber hier oben fehlt noch was. Und da auch, alle farbig, ja, dann können wir hier weitermachen, da gibt's wohl keine Verbindung, das Wasser muss von da kommen. Hier so ein ganz kleines Stück, wo man nämlich sieht, das ist auch fertig, das passt auch. Das sieht gut aus. Da fehlt noch ein Stück. Da läuft's auch. Die müssen noch rein, jetzt kommen sie auch. Das ist erledigt. Da kommt's Wasser hierher, da. Ah, das ist schon bis dahin, alles klar, aber hier fehlt noch was. Da ist erledigt. Hier rundherum auch noch. Das sieht gut aus, oder? So, da, da, dort, dort. Und das letzte Stück. Die sollten auch alle warm werden, passt. Und jetzt ist fertig. Dann noch dieses Viertel hier. Dieses Haus fehlt noch. Na, jetzt ist es auch, okay. Na, ich weiß nicht, was hier weiter geht. Das ist gut aus, jetzt. Das ist okay, dass wir... Das ist wohl Wasser. Das ist noch genug Bewerbe da, also. Wie geht das jetzt hier nicht? Irgendwo muss hier noch ein Stück sein, was fehlt. Ah, guck mal, hier sind ganz, ganz kleine Stückchen, richtig gemein, oder? Läuft. Hier gab's keine Verbindung, ne? So, dem Wasser, da fehlt's Wasser grundsätzlich, also. Fast jetzt. Die sollten jetzt wirklich Wasser kriegen, so ist es fertig. So, jetzt ist hier noch ein bisschen was. So, das ist auch fertig. Da gibt's auch warmes Wasser. Da rein. Was macht's Geld? 20,000, ist noch gut. Nehmen wir's mal hoch. Und da auch. Da sind wir auch fertig. Hier fehlt wieder irgendwo so ein kurzes Stück, da ist es. So, die kriegen auch warmes Wasser. Hier oben ist noch was. Was muss da noch? Und da natürlich auch. So, das ist fertig. Okay. Hier wird noch ein bisschen mehr gemacht werden. Das ist fertig. Läuft. Hier wird noch ein paar kleine Straßen noch zu machen, dann ist das auch fertig. Auch wenn da nix ist, ich mach's gleich fertig, dann hab ich das. Ja, das verbinden wir mal schnell noch. Auch wenn's jetzt hier nicht so entscheidend ist. Und da, das machen wir auch rüber. Läuft. Wasser ist da. Die müssen auch sofort kriegen. So. Was ist da noch? Aha. Guck mal, da ist ein bisschen Stück ohne Wasser. Dann schnell umschalten. Fast. Mal drehen. Dann machen wir die Verbindung zu dem nächsten Punkt. Fertig. Läuft, oder? Ja. Die ziehen dann bestimmt auch halt ein. Und. Wieder umbauen. Ja. Interessant ist, dass die noch gar nicht wissen, was er Heizwasser kriegt. Die haben schon am Meckern sind, ne? So, jetzt blüpp, kriegen wir alle einen Baum hinterher. Läuft. So, wo geht's hier weiter? Ja. Da. Und dann selber. So macht's Geld. 19.000. Alles in einem grünen Bereich. Und. Wir bauen auch nicht so teuer, dass es immer noch reicht. So. Hier ist noch was mit Strom. Ähm. Mit Strom mit fehlenden Leitungen. Gut. Hier gibt's keine Anwendung. Die muss also woanders wegkommen. muss hier hinten sein. So. Da dran noch. Okay. Irgendwo. Ah. Hier ist. Noch ne Leitung. Und da dann wohl aus. Okay. Das läuft. So. Fertig. Alles wird bunt, alles ist gut. So. Die Leitung geht hier weiter. Wie lange dauern wir uns nicht mehr. Haben wir die Wasserleitung erledigt. Wollen wir uns nicht mehr kümmern. So. Die müssen alle warm werden. und dann werden wir uns da. Und siehe da. Inser Werk ist gleich vollbracht. So. Die Häuser sind auch. alle bauen jetzt wird uns nur noch hier nach oben auf den berg und ist aufgemacht und wer ist der letzte der strom richter einer von diesen hier war es ok strom war es nicht wasser war es läuft oder haben wir erledigt wir haben noch einen ordentlichen überschuss wie man sieht das ist dann irgendwo einem kraftwerk zu viel geschuldet wir haben knapp 20.000 immer noch und hier auch zwei millionen also kommen wir hin sind kurz vor den 80.000 denke mal für die folge soll es auch wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn er dann in der nächsten folge auch wieder mit bei seid bis dann